Ja Leute, willkommen zurück. Wir machen jetzt weiter. Ihr habt ja gesehen, was beim letzten Mal passiert ist. Das Spiel ist übel mies abgeschmiert. Und, ja, scheiße, wa? Aber, na gut, wir machen das schon. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Aber ich hab eh scheiße gebaut, deswegen passt das eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Hallo? Gehst du zur Seite? Gehst du zur Seite? Wie gehen wir vor jetzt? Das ist die Question aller Questions. Die Fragen aller Fragen. Schnell, beeil dich! Beeil dich! Beeil dich! Wo sind denn die scheiß Glocken gehabt? Leute, 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 Leute. Das ist echt hier gar nicht mal so einfach. Gar nicht mal so einfach, die Übersicht zu behalten. Ich weiß, dass du da bist. Was war da los, verdammt? Gar nichts. Da ist gar nichts los, Kollege. Komm her. So, weg mit dir. Ich muss da schnell rüber auf die andere Seite. So. Ganz langsam, ganz langsam. Die Frage ist, wo ist Germain? Germain. Er ist 100% natürlich da drin. Ich frage mich, kann ich da rüber springen, mich doch ganz festhalten. Ja. So. Hey, wenn du Spaß suchst, kann ich dir gern mal die Gedä... Einen Moment, Bürger! Haha. Komm schon, komm, 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 komm. Los, 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 los. Stehen bleiben! Hm. Okay. Ist der Germain? Ist der ganz hoch? Da ist er, da ist er. Ist das am besten noch höher klettern? Geht das überhaupt hier? Nee, das geht da nicht. Das geht da nicht. Da vielleicht aber. So, wo war der jetzt? Okay. Warum kann man eigentlich hier in Unity nicht zurückspringen? So wie in jedem, in jedem Assassin's Creed. So, dieses gezielte Zurückspringen, weißt du? Ja, wisst schon, was ich meine. So, die Frage ist jetzt... Da kann man vorne rum scheiße, glaube ich. Was verdammt war das? Der verlorene Assassine kehrt also zurück. Damit rechnete ich schon, seit Latouche keine Steuereinnahmen mehr sendet. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Ihr seid ein gefeichtlicher Dopp. Da frage ich auch mich selber eingenebelt. Ich nehme an, Robespierre war auch euer Wert. Egal. Seine Schreckensherrschaft erfüllte ihren Zweck. Das Eisen wurde erhitzt und geschmiedet. Es abzukühlen festigt nur seine Form. Das macht ihm gar nichts. Ich finde dich schon. Warum so hartnäckig? Ist es also deine Zeitverschwendung? Hat Belek dich so indoktriniert, dass du erst jetzt noch tust, was er verlangt? Oder ist es Liebe? Hat er das Herrs Tochter dir den Kopf verdreht? Oh shit! Oh shit! Ja, das scheiß Schwert vom... vom Anfang. Ich hab's doch gewusst, ey. Ich hab's doch scheiße nochmal gewusst. So, jetzt würde ich gerne einfach zurückspringen. Einfach zurückspringen. Geht das? Ja, das geht einfach nicht. Das ist schade. Das würde vieles einfacher machen. Ich glaube, ich werde nochmal ein bisschen... für Unruhe sorgen. Wo bin ich? Wo bin ich? Ja, ihr dreht schon durch. Perfekt. Doch, kann ich. Oh mein Gott. Ich hab... Was hab ich hier wieder getan? Oh mein Gott. Ich hab... Was hab ich hier wieder getan? Lass los, lass los. Was hab ich getan? Was hab ich getan? Moment, ich schaff das schon. Ich schaff das schon. Ich schaff das schon. Das wär zu schön gewesen. Was? Alter, was hab ich getan? Boah, shit. Was? Fuck. Fuck Leute. Oh Gott. Mich wirst du nicht los. Komm schon, spring, spring! Springen, 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 springen. Ja, scheiße, ey. Jetzt bin ich sie losgeworden. Jetzt könnte ich die Chance nutzen, wenn die noch draußen sind. Irgendwie schnell wieder reinzukommen. Aber wie? Fuck, ey. Das habe ich echt verkackt, die Mission. Die Mission habe ich gut verkackt. Scheiße, Mann. Direkt in die nächste Scheiße. Willst du mich verarschen eigentlich? Na komm, tötet mich. Das hat doch eh keinen Sinn. Jetzt kann ich wieder wegrennen. Der wird müde werden, weiter. Ihm nach. Kopf, ich fand dich. Du schickst mich nicht ab. Nein. Ha, ha. Sterb. Oh. 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 Ich hole dir jetzt alle weg, ey. Ich hole dir jetzt alle weg. Ha. Bei allem. Wie weit kann er sein? Ich könnte einfach auch reinrennen. Ach du Scheiße. Das ist echt kein rühmliches Ende hier von mir. Aber gestorben bin ich nicht. So sieht's aus. Ja, geil, Alter. Alter. Ich könnte nicht. Ich könnte. Mach's doch. Mach's doch einfach. Yes. Alle abgelenkt. Ha, ha, ha. Oh Gott, Leute. Ich hab so viele Wachen hab ich noch nie auf einen Haufen gesehen. Boah, zieht euch das rein. Zieht euch das rein. Aber sind die unten auch noch wachen? Nee. Geil. Ein, nur ein mit Berserker und die ballern dann mit 50 Mann drauf. Was ist hier passiert? Germain hat eine Art Waffe. Sowas hab ich noch nie gesehen. Er ist mir entwischt. An mir kann man nicht vorbei. Er muss noch... Ja, rede doch weiter. Alles gemacht. Ja, jetzt rede die weiter und ich drück... Interagieren.